Hallo, dieses Buch habe ich gelesen. Es heißt Flucht aus der Dunkelheit oder auf Englisch, wie ich es gelesen habe, The City of Ember. Geschrieben von Jan Duprow. In diesem Buch geht es um Lina und um die in einer Stadt leben, die unter der Erde ist. Diese Stadt wurde unter der Erde gebaut zum Schutz der Menschheit. Man findet im Buch nie heraus, warum unter die Erde geschickt wurden. Seit 200 Jahren sind sie schon da unten und nun fängt das Essen an knapp zu werden und die Lichter gehen jetzt immer wieder und häufiger aus für längere Zeiten. Aber eines Tages findet Lina einen Brief, der verschlüsselt ist und von ihrem Babybruder zerkaut wurde. Also versucht Lina und Dune diesen Brief zu entschüsseln und die verlorenen Wörter zusammen zu puzzeln, was sehr lange dauert. Und das ganze endgültige Ziel ist, dass sie die ganze Stadt evakuieren und an die Oberwelt bringen. Nun, ich gebe diesem Buch 8 von 10 Sternen, denn ich fand das Buch gut, sehr spannend teilsweise und stellendweise auch sehr witzig. Danke fürs Schauen, hoffentlich geht ihr noch mein nächstes Video. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.